Tja, ich habe mir gedacht, dass ich jemanden vorstelle, der ein bisschen fast vergessen ist. So ein Klassiker der jüdischen Literatur, Yitzchak Manga, eins meiner Lieblingsbücher, das heißt »Niedisch das Buch von Gan Eden«, also zu deutsch »Das Buch von Paradies«. Der Mann ist in der Bukowina geboren, hat in Warschau gelebt, ist vor den Nazis nach Paris geflohen, dann weiter in die USA. Paris hat er dieses Buch fertiggestellt, ist Ende der 60er Jahre in Israel gestorben und eigentlich nicht so sehr bekannt mehr heute. Worum geht es? Also nach einer alten jüdischen Legende leben Kinder vor der Geburt im Paradies und bevor sie auf die Welt kommen, wird ihnen von einem Engel ein Nasenstüber verpasst, dann vergessen sie alles, was da war, was sie im Paradies gesehen haben. Und er hält in diesem Buch »Schmulabe«, der trickst also seinen Begleitengeln aus und behält sein Gedächtnis. Und das Buch handelt also davon, was im Paradies alles so los ist. Das sind meistens ziemlich irdische Dinge. Ja, das wird gerne als jüdische Rumoreske verkauft, ist aber mehr, denke ich, der schreibt auch in seinem Vorwort im 39, dass er sich das Buch selbst widmet und dass es rücksichtslos, fröhlich sei, aber eine Menge von seinem eigenen Leben und Leid enthalten. Also wir sind hier am Anfang und noch im Paradies vor der Geburt Und der Held liegt unter einem Baum und hört eine Stimme, eine bekannte Stimme, die klingt wie ein silbernes Glöcklein »Schmulabe, schmulabe«. Ich schaue mich um und erblicke meinen Kameraden Pissar, ein verschmitztes Engelchen mit klugen schwarzen Äuglein. Sein Mund ist wie immer mit Pflaumenmus verschmiert, er flattert mit den dünnen, hellen Flügeln über mir. Und schon lässt er sich mir zu Füßen niedergleiten. »Was ist, Pissar, was ist geschehen? Sag schnell!« Pissar wischt sich den Schweiß unter den Flügeln ab und raunt mir leise ins Ohr, schmulabe, es steht schlecht. »Ich habe erfahren, dass man sich noch heute auf die Erde hinabschickt. Dein Schicksal ist, ein Mensch zu werden.« »Verstehst du, was ich dir rede? Ein Mensch.« Das Herz beginnt mir zu pochen. »Was redest du, Pissar? Wer hat dir das gesagt? Woher weißt du das?« Und Pissar erzählt mir, dass er gerade an der Paradies-Schenke zum Zadig Noah vorbeigeflogen war. Zadig ist ein Heiliger. »Dort in der Schenke saß der Engel Simon Bär, der größte Säufer unter allen Engeln. Er trank 96-prozentigen Sprit und fluchte fürchterlich. Ich weiß nicht auf wen,« erzählte Pissar weiter. »Aber das eine habe ich verstanden, dass er in Wut ist, weil man ihr auf einen Botengang schickt. Und er muss dich also auf die Erde hinabführen und dir einen Nasenstüber geben, damit du alles vergessen sollst, das Paradies, die Heilige Schrift und mich, deinen Kameraden, Pissar.« Pissar begann zu weinen. Dann hatte er aber eine Idee und blickt sich nach allen Seiten um. Auch keiner belauscht und dann raucht er mir ins Ohr. »Bei uns im Keller befindet sich ein Fläschchen Messiaswein. Der Vater bewahrt es für Heilzwecke auf. Diese Fläschchen will ich dir auf den Weg mitgeben.« »Was heißt, du willst mir das Fläschchen mit auf den Weg geben?« Pissar lächelt. »Ich sehe, muss ja ein bisschen nachhelfen. Was ist da so schwer zu verstehen? Ich bitte dich, du wirst das Fläschchen dem Engel Simon Bär geben. Der wird darüber ganz glücklich sein und dafür soll er dir, das musst du halt mit ihm abmachen, keinen zu starken Nasenstüber versetzen.« »Was redest du?«, schrie ich. »Was heißt, du wirst nehmen?« »Und wo bleibt das Gebot, du sollst dich stehlen?« Pissar begann zu lachen. »Du Dummkopf.« »Weißt du denn nicht, dass das, du sollst dich stehlen, für Menschen gilt und nicht für Engel?« »Zeig mir gefälligst, wo es in der Heiligen Schrift geschrieben steht, dass der liebe Gott den Engeln befohlen hat, du sollst dich stehlen.« Ich sah ein, dass mein Kamerad klüger war als ich und dass er recht hatte. Aber dennoch verstand ich ihn immer noch nicht, nehme schon an, dass ich dem Engel Simon Bär das Fläschchen geben werde und dass mir Simon Bär dafür nur einen leichten Stüber versetzt, aber geben wird er ihn mir dennoch. Und kaum gibt er ihn, da muss ich doch alles vergessen. Pissar verstand offensichtlich, was ich dachte. Er nahm aus seiner Tasche ein Stückchen Lehm. Und knetete es so lange mit den Händen, bis er eine Nase daraus geformt hatte. Dann übergab er mir das und sagte, während Simon Bär den Messias-Wein trinkt, sollst du dir die Lehmnase aufkleben und wenn er dir dann den Nasenstüber gibt, wird er nur den Lehm berühren und du wirst ihm heilend rennen. Schmulabe machte ich also auf den Weg zu der Kneipe, wo der Engel sitzt. Und ein paar Seiten später kommt er auch an. Eine hübsche Weile stand ich so unentschlossen, bis ich mir schließlich ein Herz nahm. Ich gab mir Selbstmut und ging hinein. Soweit er mich nun erblickte, wollte er sich erheben und mich mit einem Baruch Habar, gesegnet sei, der da kommt, begrüßen. Er war aber zu betrunken und seine Flügel waren zerknittert. Und so fiel er wieder auf seinen Platz zurück. Ich ging auf ihn zu und halte ihm, die Flügel glatt zu streichen. Konnte er schon nicht auf den Füßen stehen, so sollte er doch wenigstens fliegen können. Es dauerte tatsächlich nicht lange und wir erhoben uns zum Flug in Richtung Grenze, die jene Welt von dieser abteilt. Abgeflogen waren wir Donnerstag, abends um zehn und bei der Grenze kamen wir Freitagabend vor dem Lichtsägen an. Ihr könnt euch wohl denken, dass uns das Fliegen nicht sehr leicht ankam. Der Engel Simon Bär war, wie gesagt, gründlich illuminiert. Immer wieder verlor er die Richtung. Drei volle Stunden flogen wir herum. Da sahen wir wieder den Kamin der Kneipe zum Zeitig Noah. Es zog ihn eben zu der Kneipe hin, den Engel Simon Bär, der erst ständig seine Tage und Nächte verbrachte. Tatatatat und so weiter. Als es dem Morgen zuging, wurde der Engel Simon Bär allmählich nüchtern. Der Morgenwind war scharf und kalt. Wir begannen beide zu frösteln. In die Kälte brummte immer wieder der Engel Simon Bär und schlug mit seinen großen wattigen Flügeln, um sich zu erwärmen. Bei jeder Bewegung seiner Flügel blickte er schnell in die Richtung zurück, wo die Schenke zum Zeitig Noah stand. Ich begriff, dass jetzt die richtige Zeit war, ihm das Fläschchen Wein zu reichen. Repp Simon Bär, begann ich und erschrak selbst über meine Kühneheit. Repp Simon Bär, ein gutes Gläschen Schnaps käme doch jetzt nicht gelegen, oder? Um sich ein bisschen aufzuwärmen. Was meint der Repp Simon Bär? Beim Wort Schnaps klatschte der Engel Simon Bär mit seinen wattigen Flügeln und erschreckte dadurch ein paar blaue Paradies-Schwalben, die sich gerade anschickten, dem Schöpfer ein Loblied zu singen. »Schnaps, oh, ein Gläschen Schnaps«, schrie er mit solcher Stimme, dass zehn Paradieshasen vor Schreck in Ohnmacht fielen und zwei Löwinnen vorzeitig niederkamen. Ich nahm das Fläschchen Messias-Wein unter meinem rechten Flügel davor und zeigte es ihm. Vor Freude schlug ein paar Purzelbäume. Im ersten Augenblick dachte ich, er habe den Verstand verloren. Zuerst war ich ziemlich erschrocken, mit einem verrückten Engel zu tun zu haben, das ist keine Kleinigkeit. Noch heute packt mich ein Schaudern, wenn ich mich an das junge Mädchen erinnere. Perl hieß sie, glaube ich, die einer unglücklichen Liebe wegen verrückt wurde. Wehe, 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 was hat sie damals angerichtet? Schier hätte sie das ganze Paradies auf den Kopf gestellt. Kurzum, Simon Bär, so wie er das Fläschchen in meiner Hand erblickte, flog auf mich zu, riss es mir aus der Hand, zerrte den Korken mit den Zähnen raus und begann zu schlürfen. Der Messias-Wein, das müsst ihr wissen, ist ein sehr schwerer Wein. Jeder Tropfen wiegt zweieinhalb Pfund. Weißt du was, Schmulabe, sagte er zu mir, wollen wir uns doch ein bisschen zum Boden hinablassen. Wir werden es schon zustande bringen, dennoch rechtzeitig bei der Grenze anzukommen. Er nahm seine Messing in der Uhr hervor, warf einen Blick auf das rote Zifferblatt und wir ließen uns auf einem Paradiesacker nieder. Nachdem der Enkel Simon Bär das ganze Fläschchen ausgeschlürft hatte, wurde er so fröhlich, dass er mich in die Wange kniff und brummte, bist du ein braver Bursche, Schmulabe. Dann flogen wir weiter. Fliegend sprachen wir das Morgengebet und Punkt, fünf Uhr abends kamen wir bei der Grenze an. So, jetzt könnt ihr selber weiterlesen. Fünf Minuten geschafft. Fliegendmember Fünf Minuten Fünf Minuten Vielen Dank.